Alle Hitschen in einem Programm SM Radio Dessau SM Radio Musik, die mich an macht Es ist wieder soweit, der Tag der Arbeit ist da und SM Radio Dessau ist wieder mit 100 Kilowatt auf 6070 Kilowatt auf Sendung Ausgeschreibt wird die Sendung über den Sender der UAS in Moosbrunn bei Wien Heute führen wir wieder wir drei durch die Sendung Die Empfangsberichte könnt ihr unter folgende Adressen loswerden maxberger.smradio-so.de oder per Post an Max Berger in der Nürnberger Straße 49 in 042 29 Leipzig Plattwitz Bevor wir mit unserem Programm starten, kommt noch ein bisschen Werbung Und du achtest bitte auf meine Zeichen Ja Alle Hitschen in einem Programm SM Radio Dessau SM Radio Dessau hat einen Tipp in eigener Sache Am 9. Mai 2020 findet ab 12 Uhr Lokalzeit wir das überregionale DX-Treffen in Ortenau statt Es ist die 99. Auflage und natürlich sind alle recht herzlich eingeladen Es findet wieder im Schützenhaus Ortenau statt Weitere Informationen gibt es bei Bernd Seiser Seine E-Mail Adresse lautet bernd.seiser.t-online.de Ich wiederhole bernd.seiser.t-online.de Alle Hitschen in einem Programm Wir haben die Hitschm Radio Dessau Am 23. November 2019 waren wir im Cadillac in Dessau zu Gast Ein Veranstaltungswort von Livemusik 2019 hätten die Podis ihr 50-jähriges Bestehen gefeiert Vor etwas über einem Jahr brachten wir diesbezüglich auch eine kleine Sendereihe von drei Folgen hier bei SM Radio Dessau Vier abprobte Musiker aus Meißen bildeten die Podis-Tribute Ihr zweiter Auftritt fand in Dessau statt